Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist Hörspielzeit, das heißt Kakerlacken-Party-Zeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die ganzen einzelnen Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit den vielen Telefongesprächen. Ja, guten Tag, wie kann ich mit dem Hörspiel sein? Guten Tag, ich spreche mit Herrn Lucianos. Ja, knusprig, knusprig wäre der Name auch richtig ausgesprochen. Ja, das ist sehr lang, deswegen habe ich nicht gesprochen. Aha. Wie geht es Ihnen? Entzukön. Mein Name ist Maria Davini. Ja. Ich freue mich. Ich mich nicht. Das geht in Online-Investitionen. Ja. Sie haben Interesse gezeigt in Trading Online, deswegen habe ich Ihnen angerufen. Das heißt nicht, dass Sie heute Interesse gezeigt haben. Sie haben Interesse in der Vergangenheit gezeigt. Aha. Ja. Sehr interessant. Haben Sie Erfahrung über Trading Online, wenn ich da frage, Herr Lucianos? Ja, bitte. Wie bitte? Ich sagte ja. Achso, haben Sie gute Erfahrung oder schlechte Erfahrung? Ja. Gute oder schlechte? Neutrale. Neutrale. Okay. Werde ich bisschen über unsere Firma reden? Aha. Dass die... die Möglichkeiten, was wir in diesem Monat anbieten? Aha. Okay. Haben Sie eine PC zu Hause? Ne. Ne? Eine Lab-Laptop oder ein C-Blade oder... Ne, sowas besitze ich nicht. Wo Sie Google schauen? Ne, habe ich nicht. Haben Sie nicht. In welchen Jahren wohnen Sie hier? Was? In welchen Jahren wohnen Sie? Das ist keine elektronische... Ja, das strahlt doch alles. Da verseucht man sich doch nur. Das hat alles... Das hat alles Elektroschmuck. Habe ich rausgeschmissen. Ja. Wie ist Ihnen... Okay. Wie haben Sie Trading gemacht, wenn ich mal fragen darf? Ja, wer ist denn da jetzt dran? Ja, ich bin der Matthias Nowak, bin der Manager von der Abteilung. Sie sind gerade weiter bei mir geleitet. Wie haben Sie Trading gemacht? Mit was? Na, gar nicht. Sie haben kein Trading gemacht, aber Sie haben gerade bei meinen Mitarbeitern gesagt, was Sie gemacht haben. Ja, weil so viel hat... Ja, der hat doch nur nach Erfahrung gefragt und die habe ich ja trotzdem. An was haben Sie Erfahrung? Was? An was? Ja, habe ich Ihrem Kollegen doch gesagt. Ja, an was? Sagen Sie mir. Ja, hier rufen doch jeden Tag so viele Betrüger an. Da hat man schon seine Erfahrungen. Wer sind Betrüger? Weiß ich nicht. Sind Sie denn Betrüger? Schaue ich gerade auf dem System, das Sie Geld verloren haben, aber mein Lieberkunde... Ich schwöre es dir, wenn Sie so mit mir reden, werden Sie gar keinen Cent bekommen. Wie rede ich denn mit Ihnen? Wie können Sie mich als Betrüger nennen? Habe ich doch gar nicht. Ich habe doch nur gesagt, hier rufen so viele Betrüger an. Gehen Sie vorne auf einen PC, werde ich den Firma vorstellen. Ja, habe ich doch rausgeschmissen. Habe ich nicht mehr. Ich schwöre Sie, wenn das ein Betrüger ist, dann gehen Sie bei Polizei, machen Sie, was Sie wollen. Und was sollen die machen mit einer gespufften Nummer, die man nicht erreichen kann und eine Webseite, die bis dahin offline ist? Okay, okay, Sie reden zu viel, ganz ehrlich. Wollen Sie mit mir weiterreden? Ja, nein. Na, wir können noch ein bisschen reden, ja. Noch ein bisschen reden. Gehen Sie dann vorne auf einen Gerät, bitte. Ein PC, Laptop oder... Habe ich nicht. Haben Sie nicht? Haben Sie eine Motorola? Eine Motorola. Was? Eine Motorola? Oder ein Handy, kein Internet. Eine Motorola? Nein, kein Motorola. Ich habe ein Auto. Welches Handy benutzen Sie? Welches Handy? Ja. Da habe ich ein Nokia, 3310. Nokia, oh mein Gott. Ja. Okay, mein lieber Kunde, okay. Weil habe ich schon dabei. Ja, du kleiner. Ciao, ciao. Ja, winke, winke. Schnecke. Schnecke? Schnecke. Ja, Schnecke. Ja, ja. Guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, was denn? Spreche ich mit Herr Wurzwasser, ja? Wurzwasser, ja. Sehr schön. Ein Officialist am Apparat. Ich melde mich für Ihre Anmeldung. Mhm. Was ist denn für eine Anmeldung? Sie wollten am Finanzmarkt Geld verdienen, ja? Also Sie wollten mit Bitcoin handeln. Ja, aber da haben wir doch schon mal telefoniert. Ich melde mich zum ersten Mal. Nee. Wie nee? Sie melden sich nicht zum ersten Mal. Also möchten Sie Geld verdienen? Ja, aber Sie haben doch schon mal angerufen. Mein Gott, ich melde mich zum ersten Mal. Nee. Ich weiß, dass ich mit dem haben... Frau Picher hat schon mal angerufen. Also möchten Sie jetzt Geld verdienen oder nicht? Ja, aber ich weiß doch, dass Sie schon mal angerufen haben. Guten Tag. Guten Tag, ich bin Zoe Maier. Sprache ich mit Herr Schoensteinfänger? Was? Frau Maier? Ja, ich bin Zoe Maier. Ich kontaktiere wegen Ihrer Anmeldung, ja? Was denn für eine Anmeldung? Für Onlinehandel. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Wissen Sie, was ist Onlinehandel, Onlinetrading? Nö. Okay, und wo haben Sie angemeldet? Gar nicht verstanden von der Anmeldung. Wir haben jetzt Ihre E-Mail, schoen.steinfänger.atmdcphone.be, korrekt? Nee. Aha. Ja, bitteschön. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo. Sprich mit Herr Rainer Wein. Rainer Wein. Sie haben sich aber einen alten Datensatz rausgesucht. Wie bitte? Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Was, ja? Na, worum geht's denn? Ich rufe Sie an, weil ich gesehen habe, dass Sie schon bei uns registriert haben. Für die automatische Software vor das Bitcoin-System. Aha. Aha. So, haben Sie Interesse? Warum rufen Sie mich denn da an? Ihre Account zu aktivieren. Wenn Sie es jetzt wollen. Was ist denn für ein Account? Ich habe einen Account in unserer Plattform, SwissPro. Ihre E-Mail ist, eine Sekunde, 039415592874, Gmail, nee, warte mal, gms.net. Aha. Wo haben Sie denn die Daten hier? Ihr habt einen Account mit uns. Aha. Und seit wann? Wie bitte? Seit wann denn? Seit wann? Sekunde? Vor einem Monat, 14. September. 3 Uhr, 21 Minuten und 59 Sekunden. 3 Uhr, 21, na, bestimmt nicht. 21 Minuten. Ja, bestimmt nicht. Ja, das stimmt doch. Nee. Ich kann jetzt doch sehen, vor mir. Ja, hat da irgendeiner reingeklimpert, aber das entspricht ja nicht den Tatsachen. Ja, aber die Information steht vor mir. Ja. Ist ja schön, dass die Information da drin steht. Aber ist ja deswegen trotzdem nicht echt. Ja, okay. Jemand kann Ihr E-Mail haben, ich weiß es nicht. Ich muss Sie anrufen. Ja. Ja. Also müssen Sie die Leute betrügen. Beruflich bedingt, oder wie? Also, ich betrüge Sie nicht. Sie haben einen Account und ich muss anrufen. Was wollen Sie? Achso, ich dachte, Sie sind einer von den Kriminellen. Kriminellen? Ja. Könnte ja sein. Achso, Ihr könnt auch unsere Seite angucken. Wir sind nicht kriminell. Nee. Wir sind auf Teleparioren mit der Sondmasse-Karte, ja? Sie können uns unsere Seite schicken. Kein Problem. Also Sie müssen schon ein bisschen deutlicher reden, weil man versteht das kaum, was Sie so sagen. Wie bitte? Ich sage, Sie müssen ein bisschen deutlicher sprechen. Ich sage, Sie ist auch nett. Ja. Ja. Hm. Sehr witzig. Ja. Auch. Ja. Und nun? Ich habe auch ein bisschen. Was machen wir jetzt Schönes? Wie bitte? Was machen wir nun Schönes? Hm? Ja. Arbeiten. Achso. Arbeiten nennt man das? Wie bitte? Arbeiten nennt man das, ja? Ja. Ja. Okay. Hm. Sehr interessant. Ja, sehr interessant. Ja. Was machen wir da nun? Wie bitte? Was machen wir da nun? Ich habe es nicht verstanden. Ja, merke ich schon. Ich muss mal ein bisschen mehr Deutsch lernen. Wie bitte? Sonst funktioniert es mit dem Betrug nicht. Ich kann es nicht hören. Hallo? Ja. Lauter sprechen. Nee, warum? Ha? Ja. Jop. Schönen guten Tag. Ja, was denn? Ja, mein Name ist Claudio und ich melde mich vom Trader Aktiv. Aha. Weil sie eine Anmeldung gemacht haben. Deswegen habe ich sie angerufen und ein paar Informationen mitzumachen. Achso. Weil Leute, es gab nur eine Besprechung mit dem Chef und der hat gemeint, dass sie zum Beispiel eine von den Themen, was er genommen hat, waren die Bitcoin. Und der Bitcoin sollte steigen bis zum 30.000 Euro Ende des Monats. Aha. Und woher wissen Sie das? Die Experte, was mit der Arbeit. Und woher, weil ist der Experte das? Kann man ja nicht vorauswissen, ob der Kurs steigt oder füllt. Er schaut die ganze Linie zum Beispiel, wie die letzte Monate waren und wie momentan die ganze Situation, ökonomische Situation. Und dann kann man halt sehen, was in der Zukunft passiert. Nein, das heißt nicht, dass sie 100% sicher ist, aber der hat gemeint, dass hier Bitcoin in Steigerung wird. Darum es geht. Aha. Aber es gibt zum Beispiel Öl, es gibt noch Gold, es gibt noch Wertpapiere, es gibt noch alles mögliche in Forex. Die wissen schon. Das ist das. Immer, jedes Jahr ist das Problem passiert. Immer in den letzten drei Monaten, die ganze Aktien werden, nur Steigerung haben. Und dann kann man wieder erwarten, dass sie nach unten fallen. Aber jetzt, wie Sie wissen, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können auch beten, wenn zum Beispiel, oder kann man auch sagen, wenn der nach unten fährt, aber das müssen Sie mit den Experten sprechen, wenn wir zusammenarbeiten. Und das ist gerade, wenn Sie nicht probieren. Aha. Darum es geht. Deswegen sage ich Ihnen, weil der Chef hat gesagt, heute können Sie das. Kundschaft geben nur 30% dazu, die des Kapitales, dass Sie auch sehr zufrieden sind. Aha. Und nun, Sie können das schauen, zum Beispiel, wie bei uns ist, können Sie, wenn Sie 2.000, 3.000 Euro verdient haben, können Sie austeilen lassen. Ach so. Was meinen Sie? Das klingt nach Blödsinn. Ich bedanke Ihnen. Schönen Tag noch. Ja, ich bedanke mich auch bei mir. Hallo. Ja, hello, einen wunderschönen guten Tag. Spreche ich mit Steinfeger. Mhm, schon Steinfeger. Genau, freut mich. So, mein Name ist Richard Hill. Grüßen Sie, wie geht es Ihnen heute, wie erst einmal alles in Ordnung bei Ihnen? Mhm. Das freut mich sehr. So, und ich bin ein Account Manager und melde mich gerade vom Finanzmarkt Börse Handel. Ich weiß es nicht, ob Sie Erfahrung haben oder haben Sie etwas gehört? Nee. Ach so, Sie haben keine Erfahrung, Sie haben gar nichts gehört. Das ist das erste Mal, wo Sie hören über den Börse Handel, über den Aktien. Okay, super. So, wenn ich frage darf, haben Sie schon Interesse über das zu wissen, wie können Sie richtig Handel machen und so weiter? Nee, aber ich kenne das ja auch nicht. Was ist das? Das ist, wie kann ich Ihnen sagen, ein zweites Arbeitsweg, wo können Sie arbeiten mit deinen Rechnern, wo können Sie handeln, online handeln. Das bedeutet zum Beispiel mit Forex, mit Crude Oil, mit Rohstoffen, mit Aktien, mit alles, was Sie möchten. Aber ganz wichtig ist, wirst du mal das zum Lernen, wie das geht, wie das funktioniert. Kann man bei Ihnen noch mit Menschen handeln? Wie mit Menschen? Na, mit Menschen handeln, weil ich hätte da was zu verkaufen. Meine Frau muss weg. Ah, was du denn... Okay, was willst du verkaufen? Meine Frau. Deine Frau. Kann ich das kaufen? Was für ein Preis ist das? 50 Cent. 50 Cent. Wie alt ist sie? Die. Die ist 69. 69? Ja. Okay, kann ich das? Und kann ich das machen, die Einzeitung Cash, oder wie? Ja, das ist mir egal. Alles klar, lieber Herr. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch immer. Guten Tag. Jo, hallo. Wunderschöne guten Tag. Spreche ich gerade mit der Herr Robert? Nee, Herr Habeck. Sind Sie der Herr Habeck? Ja. Oh, super. Wie geht es Ihnen? Entzückend. Wie bitte? Entzückend. Sind Sie verrückt? Nee, und Sie? Nee. Aha. Und wie heißen Sie? Ich habe Ihnen so einfach gesagt, ob Sie verrückt sind. Ja, wie ist es? Behindert, so besser zu sagen. Was möchten Sie denn? Also, Roland Nils ist mein Name und ich wollte Ihnen schon mal ganz kurz informieren, wegen einer Anmeldung, dass Sie bei Bitcoin Prime so gemacht haben. Das ist eine internationale Werbung. Okay. Wann habe ich das gemacht? Wie bitte? Wann habe ich das dann gemacht? Das? Ja. Vor zwei Monaten haben Sie das gemacht. Vor zwei Monaten. Aha. Genau. Und so wie gesagt, ich möchte Ihnen so nur ganz kurz unser neues Angebot so vorzustellen, was wir jetzt auf die Sie anbieten. Und so natürlich am Ende der Entscheidung liegt immer auf Ihr Ende, ob Sie mit uns arbeiten möchten oder nicht. Aha. Was bieten Sie denn da Schönes an? Äh, eine neue Frau so zu ficken vielleicht, also wenn Sie Lust haben. Ich weiß nicht, was bei Ihnen kaputt ist, aber es klingt auf jeden Fall nicht seriös. Geh mal, Weltgehörigsohn. Aha. Oh, was heißt das? Was ist los? Ja, hallo, wunderschönen guten Morgen. Ich habe Sie ja ein bisschen abgehackert. Ich bin da richtig bei den Herrn Klaus Schwanz. Mhm. Danke sehr, Herr Schwanz. Michael Eng am Operat, Vergleichungsprognal24. Sie haben sich ja bei uns, also bei unserem Partner angemeldet. Das Thema ist natürlich jetzt Trading, Onlinehandel. Und wir haben also momentan eine Aktion, wo wir natürlich Analysetool kostenlos natürlich hinzusenden wollten oder natürlich Trading-Videos zu diesem Thema. Mhm. Und es ist immer noch die Klaus.schwanz.mdlc, also tcf.de. Mhm. Alles klar. Dürfen wir Ihnen dann die beiden Sachen zusenden wegen des Trainings? Das ist natürlich alles kostenlos und unverbindlich. Mhm. Also, Herr Schwanz, ich bräuchte bloß natürlich Ihre Einwilligungserklärung, dass wir das zusenden dürfen. Aber das würde ich dann gerne natürlich mit Ihnen zusammen aufnehmen und natürlich alles nochmal bestätigen, was ich gerade eben gesagt habe. Ich starte mal jetzt los. Ich spreche ja mit dem Herrn Klaus Schwanz. Herr Klaus Schwanz, Sie haben ja bereits die Telefonaufzeichnung eingewilligt, so richtig. Mhm. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich nochmal erwähnen, dass Sie bislang keinerlei Verträge abgeschlossen haben und Ihnen auch sonst auch keinerlei Kosten entstehen. Mhm. Können Sie mir bitte das mit dem Ja, äh, äh, Jan? Nee. Oder okay sagen? Herr Schwanz? Nee. Okay, danke, wäre auch nett. Möchten Sie die Sachen haben oder nicht, Herr Schwanz, wenn ich fragen darf? Nee. Dann hat die das dann ja üblich, dann muss ich sie ja gar nicht aufnehmen, weil ohne die Aufnahme kann ich Ihnen das ja auch nicht zusenden, Herr Schwanz. Mhm. Aber bedanke mich ja trotzdem für Ihre Zeit, ja, wünsche dir mal alles Gute, Herr Schwanz. Alles okay? Ja. Wunderschönen guten Tag, ja. Guten Tag. Hallo, Club Outerbach. Ja, Club Outerbach vom Apparat. Mein Name ist Alice, ich rufe Sie von der SwissPro, weil Sie bei uns eine Investitionkonto eröffnet haben, vor einiger Zeit. Mhm. Okay. So, haben Sie Erfahrung, sind Sie interessiert oder nicht? Wie meinen Sie das? Haben Sie Erfahrung am Finanzmarkt mit Investitionen? Ja, habe ich keine Erfahrung. Okay, so, da dieser Fall ist, werden wir, sich dem von Ihnen beantragten, vollautomatischen System zu ordnen. Es wird den gesamten Handel für Sie erledigen. So, Ihre einzige Aufgabe besteht darin, von Zeit zu Zeit online zu gehen, damit Sie Ihre Gewinne überprüfen können. Das System ist sehr effizient, arbeitet mit sehr hohen Erfolgsquots. Und um Ihnen noch mehr zu helfen, stellen wir einen Kundebetreuer zur Verfügung, das ist eine Person mehr als Kinder. So, Sie können das nur mit 50 Euro ausprobieren, um zu sehen, wie es läuft, wenn es Ihnen gefällt, können Sie länger bei uns bleiben, wenn nicht, ist es Ihre Entscheidung. Okay, so, möchten Sie mehr Informationen? Ich kann mehr Informationen auf Ihre E-Mail schicken. Lesen Sie das alles ab? Ja, 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 okay, so, hier habe ich karo.clubauterbach.md7.de Ja, diese E-Mail. Mhm. Okay, ich schicke da mehr Informationen. Okay, schönen Tag. Ja, besonders intelligent scheinen Sie ja nicht zu sein. Ja, guten Tag. Hallo, Herr Steiner. Guten Tag, Herr Steiner, mein Name ist Nikita Enkelmann. Sie haben sich vor kurzem auf unserer Plattform, Secret App, für Onlinehandel angemeldet. Ist das richtig? Nee. Also haben Sie Ihre Daten nicht hinterlassen? Genau. Okay, weil, äh, bei mir steht im System Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Name, Ihre Telefonnummer. Ja, weiß ich nicht, wie die da hinkommen. Sonst soll irgendjemand angegeben haben, aber nicht ich. Haben Sie nichts angegeben? Nee. Sind Sie sicher? Ja. Ja. Okay. Und, äh, interessieren Sie sich über Onlinehandel? Nee. Überhaupt nicht? Nee. Wollen Sie, äh, vielleicht, äh, Informationen darüber zu führen? Nee? Überhaupt nicht? Alles klar? Ich habe mich nicht angemeldet. Okay, das habe ich schon verstanden. Äh, okay. Aber, äh, äh, Interesse haben Sie keine überhaupt, das Geld zu verdienen mit dem Onlinehandel auf dem Finanzmarkt? Also ich frage mich jetzt, wo das Problem liegt. Ich habe Ihnen doch die Frage jetzt in 20 verschiedenen Varianten beantwortet. Okay, nein. Alles klar, habe ich verstanden. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich mir auch immer. Mhm. Freut mich. Tschüss. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Mhm. Spreche ich mit Herrn Lucianus? Nee. Mit wem spreche ich? Das ist ja mein Vorname. Ja. Klub, das ist harmallang, jeder Nachname. Ja. Wie geht es Ihnen? Wie möchte ich denn genau sprechen? Ja, mit Herrn Lucianus. Nee. Das ist ja falsch. Knusprig, Knusprig. Ja, Knusprig, Knusprig. Genau. Ist ja nicht schwer. Ja. Mario Davin ist im Apparat. Mhm. Ich melde mich von Invest CFD. Ich sehe, dass Sie früher Interesse gezeigt im Trading online. Von was von Invest CFD? Invest CFD. Invest CFD. Genau. Aha. Mhm. Und ich sehe, dass Sie früher Interesse gezeigt im Trading online. Ja, und was möchten Sie da? Ja, ich wollte Ihnen unsere Firma vorzustellen. Und ich wollte Ihnen fragen, wie haben Sie Erfahrung mit Trading online? Ja, wie kommen Sie denn dazu, mich einfach anzurufen? Ja, Sie sind angemeldet irgendwo. Deswegen habe ich Ihnen gefragt, ob Sie Interesse haben noch im Trading online. Aber das berechtigt Sie ja nicht dazu, einfach die Leute anzurufen. Muss ich anrufen. Deswegen, ich frage gerade, ob Sie Interesse haben im Trading online. Aber das berechtigt Sie ja dazu nicht automatisch. Ist ja verboten, was Sie machen. Illegal. Wer sagt, dass es ist illegal? Das Gesetz. Das Gesetz? Ja. Viele Sachen sind verboten in dieses Gesetz. Ach so. Und dann machen Sie das dann einfach trotzdem? Natürlich. Ah, also interessieren Sie Gesetze nicht? Ja. Ach so. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich spreche nicht gerade mit Herrn Hertmut. Hallo. 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 Ja, hallo. Hallo. Schon. Guten Tag. Ich rufe Sie an, weil Sie bei uns eine Investitionkonto eröffnet haben vor einiger Zeit und Geld am Finanzmarkt verdienen wollten. Ja. Wir können Ihnen genau sprechen. Mit mein Name ist Alicia Paris. Ich rufe Sie von Esquizfrau, weil Sie bei uns eine Investitionkonto eröffnet haben. Ja. Wer ist denn Sie? Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Ich höre nichts. Tja, denn wird es kein Gespräch, wenn Sie nichts sagen. Ich höre ja was im Hintergrund, aber Sie nicht. Hallo. Also, ich kann nichts verstehen. Jo. Hallo. Hallo. Schönen guten Abend, Herr Roberto. Ja, hallo. Wie geht es Ihnen? Bei Ihrem anderen Apparat? Entzückend. Wie geht es Ihnen? Ja, entzückend. Also. Mir geht es gut. Und bei mir. Also, ich rufe Sie an von der Firma Trader Aktiv. Aha. Haben Sie verstanden? Ja, habe ich verstanden, ja. Okay. Sie haben seit einem Monat eine Anmeldung gemacht bei dieser Firma. Ich habe jeden Tag angerufen, aber Sie sind nicht antworten. Mhm. Genau. Ja? Ja. Okay. Möchten Sie die Plattform online besuchen? Nee. Warum nicht? Weil das nach Betrug klingt. Nein, es ist nicht Betrug. Ja. Es ist nicht Betrug? Mhm. Was ist Betrug? Ja, es sieht aber nach Betrug aus. Warum? Warum denken Sie so? Warum nicht? Ja, warum nicht? Sie haben, Sie haben so viel Geld verloren? Und denken jetzt so? Nee. Nee. Aber warum denken Sie so? Ja, weil Sie haben keine schlechte Experienzen, warum denken Sie so? Das ist doch nicht seriös, was Sie da machen. Sie müssen besuchen online diese Seite. Es ist nicht Betrug. Nee. Ja, gehen Sie bei Google, schreiben Sie Trader aktiv und schauen Sie alle. Mhm. Und was ist Betrug? Das verstehe ich nicht. Ja, es ist ja alles unseriös da bei Ihnen. Äh, Herr Roberto, Sie müssen sagen, wie Sie wünschen, aber das ist leider nicht so. Nee. Wie ist es denn dann? Nochmal? Wie ist es denn dann? Aha. Äh, Herr Roberto. Hallo? Na, was denn? Ja. Das erste Mal, ich denke für Ihnen, Sie sind sehr nett. Mhm. Ja. Sie haben das Handy noch direkt aufgelegt, Sie sind sehr nett, das erste Mal. Ja. Aber, aber, ich bin nicht Betrug. Nee. Wir sind 100 Mitarbeiter hier. Wir arbeiten in Deutschland. Wir arbeiten in der Schweiz, in Österreich, Italien, Spanien, England natürlich. Mhm. Ja. Und warum denken Sie so? Das ist eine schlechte Idee für Ihnen. Ja, weil eine seriöse Firma nicht die Leute einfach anruft. Da fängt es doch schon mit an. Und? Ja. Ja. Und Sie haben eine schlechte Experience. Sie haben so viel Geld verloren. Weil Sie denken so. Ja. Wie kommen denn die zu der Annahme? Aber? Aber, das ist, leider nicht funktioniert nicht so. Sie müssen, das ist eine Handelsplattform, wo man die Möglichkeit hat mit den Finanzprodukten und dann zu handeln. Und dann zu handeln. Sie müssen jeden Tag kontrollieren. Ja? Mhm. Und? Sie haben ein Konto bei uns. Kann ja sein. Ja? Sie haben eine Konto bei uns. Ja. Genau. Aber wenn Sie... Ja? Ja? Ich sage, das macht das Ganze ja nicht seriöser. Ja. Aber... Ich verstehe nicht, warum denken Sie so. Ja. Ich verstehe nicht. Ja. Können Sie mich erklären, bitte? Warum? Warum denken Sie einen Betrug? Warum denken Sie so? Können Sie mich erklären? Ja. Habe ich Ihnen doch gesagt, weil es unseriös ist, was Sie da machen. Aber kennen Sie das Film als Redaktiv? Sie kennen das nicht. Ja? Mhm. Ich muss telefonieren Ihnen mit Videocall, Whatsapp. Ja? Nee. Nee? Ah. Denkst du für mich, ich bin ein Betrugs? Ja. Okay. Ich muss telefonieren jetzt mit Videocall in Whatsapp. Ja? Mhm. Denkst du für mich, ich bin ein Betrugs? Und jetzt? Ich gehe bei der Finanzabteilung und ich muss telefonieren Ihnen mit Whatsapp, mit Videocall. Ja? Ja, das ist ja schon genauso nicht seriös mit Videocall in Whatsapp. Ja, Videocall, Sie können schauen, meine Gesicht. Ja. Ja. Ja? Warte, nur eine Minute bitte. Mhm. Okay. Ja. Hallo, schon, guten Tag. Danke. Ich frage den Schallapparat, späsch gerade mit Herrn Zuschlagen. Ja, fester Zuschlag. Müsste man unbedingt in dein Gesicht mal tun. Wie bitte? Müsste man unbedingt mal in dein Gesicht tun. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ich frage den Schallapparat, späsch gerade mit Gustav Kot. Ja, Herr Kot am Apparat. Das müsste man in Ihr Gesicht drücken. Nochmal bitte? Das müsste man in Ihr Gesicht drücken. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Frank Drasch am Apparat, späsch gerade mit Herr Drinninger. Ja, Herr Drinninger. Ich grüße Sie. Ja, ich mich auch. Sie sind einer auch? Sie hören sich immer... Ja. Hallo, guten Tag. Ja. Herr Ander, Emilia ist mein Name. Von Express Trade. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Super. Ja. Ich habe gesehen, Sie haben sich auf unserer Plattform ein Handelskonto registriert. Ja, deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren. Aha. Ja, wo haben Sie das denn gesehen? Auf unserer Plattform. Ach so. Ich habe ein bisschen rumgeguckt und was gefunden, okay. Wie bitte? Ja. Und nun? Was machen wir jetzt? Ich möchte Sie informieren auf unserer Plattform, wie funktioniert und so weiter. Aha. Ähm, okay. Ich möchte es zweifelmal fragen. Haben Sie schon eine Erfahrung mit Onlinehandel oder das ist das erste Mal für Sie? Ja, mit Onlinehandel hat doch fast jeder Erfahrung, oder nicht? Haben Sie eine Erfahrung, oder nicht? Na, hat doch fast jeder, oder nicht? Bei Amazon und so bestellen doch die Leute heute alle. Ähm, okay. Ja. Also, ähm, möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Ich habe doch schon ein Amazon-Konto, oder was für ein Konto meinen Sie? Ähm, also, Ihre Konto ist noch nicht aktiv. Ihre Konto ist leer. Mhm. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren auf unserer Plattform, oder nicht? Ja, was denn für eine Plattform? Ähm, Bitcoin-Plattform. Bitcoin. Kryptowährung. Haben Sie Interesse? Bitcoin? Ich weiß ja nicht an welcher Plattform, Sie sagen ja den Namen nicht. ExpressTrade. Ich habe schon gesagt, ExpressTrade. ExpressTrade. Genau. Da war ich noch nie angemeldet. Ich glaube, Sie haben eine Web-Anzeige gesehen. Und dann, Sie haben sich mit Ihrem Handynummer und mit Ihrem E-Mail-Alteste angemeldet. Also, ExpressTrade finde ich aber auch nicht. ExpressTrade.de oder .com oder? .com. Also, ExpressTrade.com gibt es nicht. Also, ExpressTrade. Haben Sie Interesse? Ja, ich weiß ja nicht woran. Ähm, ich habe schon gesagt, Sie haben eine Web-Anzeige gesehen. Und dann, Sie haben sich dort angemeldet auf unserer Plattform. Naja, scheinbar ja nicht. Ich finde die Seite nicht. Also, ExpressTrade war ich noch nie angemeldet. Ich finde die Seite nicht. Okay. Warten Sie. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Ja, weiß ich ja noch nicht. Ich muss doch dazu erst mal wissen, was für eine Seite. Wie oft denn noch? Warten Sie. Äh, ich habe eine E-Mail geschickt. Bitte gucken Sie Ihre E-Mail. Nee, sagen Sie mir doch einfach die Domain richtig. Gucken Sie Ihre E-Mail? Nee, jetzt nicht. Sagen Sie mir doch einfach die Domain. Wieso? Ja, weil ich danach gefragt habe. Äh, ich habe auf unserer Plattform, äh, Linke geschickt per E-Mail. Dann, Sie können ganz einfach auf unserer Plattform gucken. Bitte kontrollieren Sie Ihre E-Mail. Ja? Welche E-Mail-Adresse haben Sie denn geschickt? Also, äh, Ihren Namen und AdSimi.com. Ja, die existiert nicht. Habe ich nicht. Äh, also, können Sie mir sagen, was ist Ihre, äh, Name? Ja, den Namen, den haben Sie ja da vorgelesen. Das ist das, was da im Thema steht. Ja, ich weiß schon, aber sind Sie fake oder was? Was? Sind Sie fake oder was? Wahrscheinlich sind Sie fake. Also, glaube ich, äh, Sie, Sie sind fake. Ja, Sie existieren ja nicht mal bei Google, also sind ja eher Sie fake. Nein, können Sie mir sagen, was ist, ich sehe Ihre E-Mail-Adresse? Ja, sagen Sie mir doch einfach Ihre Domänen. Nein, nein. Was ist denn da so schwer, mir Ihre Domänen zu sagen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich sage nicht. Ich sage nicht. Dann brauchen Sie ja dann, dann habe ich keinen Entschuldigung. Sie wissen das schon. Sie wissen, okay, das ist Ihre persönliche Entscheidung. Ja, Sie sind ja eine Betrügerin. Ja. Nein, Sie sind Betrügerin. Doch. Klar sind Sie Betrügerin. Ja. Ja, 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 okay. Ja. Okay. Sie sind schmutzig. Sie sind dumm, ja? Dumm, dumm. Nee, Sie sind schmutzig. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Das Mikrofon ist ab. Hallo, einen schönen Tag, Krüger, mein Name. Ich hätte mit Herrn Steiner gesprochen, mit der Gerold Steiner. Hier ist er am Apparat. Hallo, Herr Steiner, ich grüße Sie. Anja Krüger ist mein Name. Ich melde mich von der Rechtsabteilung der DGS aus Berlin. Herr Steiner, es geht um Ihr aktives Gewinnspiel, was Sie noch nicht die Gewicht haben. Hab ich gar nichts. Herr Steiner, Sie hatten sich vor vier Monaten über das Internet, also online, hatten Sie auf einen Link draufgeklickt gehabt, um für drei Monate kostenfrei bei dem Jubilierungsgewinnspiel mitzuspielen. Davon ist die Rede. Nee, das stimmt nicht. Gut. Sie werden die Unterlagen jetzt nach Berlin bekommen, da haben Sie alles schon... Ja, bitte? Die Urklin Gebäudemeldeschaft, Sie haben mich eben angerufen? Nee. Doch. Nee. Wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Ich bin Frau Hase. Sag mir nix. Ich hab aber auch heute noch keinen angerufen. Also die Nummer, die wurde mir jetzt gerade angezeigt, dass Sie mich gerade angerufen haben. Na, dann wurden Sie wahrscheinlich gerade eben von irgendwelchen Betrügern angerufen, die meine Nummer verwenden. Das kann sein. Okay. Alles klar. Jo. Tschüss. Ja, guten Tag. Hallo, hallo. Schon guten Tag. Darf ich mit Gerald Steiner sprechen? Ist am Apparat. Schoen Tag nochmal. Mein Name ist Robert Schmid. Ich bin Manager von der Handelsplattform Finwitz Pro. Und Sie haben Ihre Daten auf unserer Webung hinterlassen. Stimmt das? Ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. Müssten Sie das nicht eigentlich selber wissen, ob das stimmt? Ja, Herr Steiner, Sie haben selbst auf unserer Webseite Ihr Konto eröffnet. Ja? Heute. Woher wissen Sie das? Bitte, bitte. Mein Gedanke. Äh, wiederholen Sie bitte nochmal. Ja, woher wissen Sie denn das? Ja, Herr Steiner, Sie haben selbst Konto eröffnet. Und jetzt, ich will Ihnen ein bisschen mehr über unsere Handelsplattform erzählen, über unsere Optionen für Zusammenarbeit. Natürlich, wir können sicher Geld verdienen und so weiter. Okay? Na dann los. Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, wissen Sie etwas überhaupt über Finanzmarkt, oder? Was soll ich denn da wissen? Bitte, bitte, Herr. Danke, danke. Wiederholen Sie bitte nochmal, was haben Sie gesagt? Hab ich vergessen. Sagen Sie mir bitte, wollen Sie beginnen, wollen Sie Konto eröffnet, wollen Sie Konto aktivieren, oder? Ja, ich weiß ja nicht mal, worum es geht. Es geht um Finanzmarkt, um Handelsbörse. Herr Steiner. Aha. Können Sie überhaupt vorstellen, wie alles funktioniert? Vielleicht haben Sie schon mit Aktien oder Kryptowährungen gearbeitet? Nee. Nein? Herr Steiner. Was denn? Sagen Sie mir bitte, wissen Sie etwas überhaupt über Finanzmarkt? Oder vielleicht, äh, haben Sie etwas über Bitcoin gehört oder über andere Kryptowährungen? Ja, was soll ich denn darüber wissen? Ja. Sie haben selbst Ihre Daten hinterlassen, Sie haben selbst registriert gemacht, ja? Und deswegen frage ich, Sie hatten Interesse an Finanzmarkt, stimmt das? Also ich verstehe Ihre Fragen nicht, die ergeben gar keinen Sinn. Ich will einfach wissen, können Sie alles vorstellen, wie alles funktioniert, oder nein? Ja, ich weiß ja nicht, wie was funktionieren soll, das beantworten Sie mir ja nicht. Finanzmarkt, Finanzmarkt, Handelsplattform. Ja, woher soll ich wissen, wie der Finanzmarkt funktioniert? Ich habe den nicht gemacht. Achso, Herr Steiner, aber heute bekommen wir Ihre Daten, ja, das bedeutet, Sie haben heute auf unserer Handelsplattform registriert gemacht. Das kann ja sein. Und was habe ich jetzt da mit Ihnen zu tun? Bitte, bitte. Danke, danke. Äh, das ist nicht lustig, ja, Herr Steiner, sagen Sie mir bitte jetzt konkret, genau, wollen Sie etwas, oder? Ja, ich weiß ja nicht, was Sie wollen, Sie rufen doch bei mir an, also scheinen Sie ja irgendwas zu wollen. Ja, wir bekommen ja Daten, das bedeutet, Sie haben, äh, wir haben Daten hinterlassen bei uns, und ich möchte Ihnen einfach fragen. Können Sie vorstellen, wie alles funktioniert, vielleicht brauchen Sie unsere Hilfe, oder nein? Ja, wozu sollte ich Ihre Hilfe brauchen? Sie können ja nicht mal selber vernünftig reden. Okay, Herr Steiner, äh, dann so. Ich schlage vor, ich schreibe Ihnen per WhatsApp, oder meine Kollegin schreibt Ihnen per WhatsApp, ein bisschen mehr Informationen, dann können Sie alles im Ruhig lesen. Wir haben ja gar nicht meine WhatsApp-Nummer. Haben Sie WhatsApp gleich, äh, unter dieser Nummer, ja, oder? Nö, das ist eine Festnetz-Nummer, da habe ich kein WhatsApp. Haben Sie überhaupt kein WhatsApp? Das habe ich nicht gesagt. Okay, sagen Sie mir bitte, unter welcher Nummer haben Sie WhatsApp? Das gibt Sie doch nicht an. Okay. Herr Steiner, dann so, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, alles Gute, bis gleich. Tschö. Ja, tschüss Betrüger. Ja. Ich grüße Sie erstmal, mein Name ist Kurt Ternes, Karl Topfel. Ja. Schön, Sie erstmal persönlich zu erreichen. Äh, wir hatten vor ungefähr drei Jahren nicht mehr telefoniert zusammen. Das letzte Gespräch war Anfang 2020 Corona-Zeit, da hatten Sie leider nicht viel Zeit. Es ging um das Thema Börsenwelt, Aktienwert, auf jeden Fall. Ich wollte Ihnen gerne eine Aktie empfehlen, Herr Topfel. Ach, da fällt ja Ihre Lüge gleich direkt auf, weil den Charakter Karl Topfel gibt es ja noch nicht mal drei Jahre. Das war vor zwei Jahren und halb, anfangen wir an mit 2020, als Corona-Zeit angefangen hat in Deutschland. Ja, ist ja Quatsch, da habe ich ja noch nicht mal den YouTube-Kanal gehabt. Ich habe Sie angerufen und wollte mit Ihnen sprechen, aber Sie hatten keine Zeit. Aber Sie haben ja alles gelogen, was Sie da so sagen. Ich wollte Ihnen gerne eine Aktie empfehlen, Sie ein Stück. Nee, Sie sind ein Betrüger. Ohrenson. Ja, genau. Jetzt bestätigen wir das auch noch. Ja. Hallo, Herr Thaler, schönen guten Tag. Mein Name ist Katharina Rabe aus den Nazis. Ich bin Ihre Sicherheitsabteilung und es geht um Ihre Kryptokontoschlüsselung und Auszahlung. Wir haben Ihre Datum bekommen, Herr Thaler, dass Sie haben Geld investiert und jetzt wollen wir mit dem Auszahlungsprozess anfangen. Aber zuerst will ich von Ihnen wissen, wie viel war Ihre Verlust? Null. Wie null? Sonst könnte ich Ihnen nicht anrufen, weil Sie haben etwas verloren, ja, bei der Kryptovalute. Nee. Also ich habe Datum bekommen, dass unter Ihrem Namen Betrag bis 5000 Euro liegt. Ja, aber Sie sind doch nur Betrüger. Nee, ich bin nicht Betrüger. Doch. Wie gesagt, ich bin Sicherheitsabteilung. Nein. Sie sind Betrüger. Also ich bitte Ihnen keine. Ich bin nicht Betrüger. Ja. Na, dann geben Sie doch einfach das Geld und überweisen das auf mein Konto und dann ist gut. Es tut mir leid, aber es geht nicht so. Ja, und da wollen Sie mit Andy das auf den Computer und die Leute verarschen. Ohne Identifikation. Ja, das ist ja Betrug, was Sie machen. Das ist Quatsch. Dann glauben Sie so. Ja, Sie sind einfach nur eine ekelhafte Betrügerin, die die Menschen verarschen. Sie sind ekelhaft. Sie widern mich an. Sie sind eine Betrügerin. Weiter illegal Transaktionen und sie bleiben im schwarzen Liste. Das kann ich sehr, sehr gerne machen. Ja, das ist ja Quatsch, was du da laberst. Das ist einfach nur Dünschiss. Nein, das ist nicht Quatsch. Doch, das ist Dünschiss. Dann machen wir jetzt Schluss, weil diese Gespräche wird gespeichert. Ja, und dann wird das auf YouTube veröffentlicht, damit keiner mehr auf eure Scheiße reinfällt. Schauen wir mal. Ja, nee, nicht. Schauen wir mal. Mach ich gleich. Schönen guten Tag, Herr Steinfeger. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Silvia Danek. Ich melde mich von das Unternehmen Orion Deal. Ich hoffe, Sie können uns zuordnen, Herr Steinfeger. Nee. Ich helfe Ihnen auf die Springer. Herr Steinfeger, wir sind eine Online-Handelsplattform und gleichzeitig auch eine Rechtsabteilung. Haben Sie vielleicht schon mal Erfahrung gesammelt im Bereich Online-Trading? Eine was für eine Abteilung? Rechtsabteilung. Die Rechtsabteilung ist... Eine Rechtsabteilung. Ja. Die Rechtsabteilung haben wir für Kunden, die schlechte Erfahrung gesammelt haben im Bereich Online-Trading. Mhm. Ja. Haben Sie vielleicht auch Erfahrung gesammelt? Ich hoffe, positive, wenigstens. Nee. Haben Sie überhaupt keine Erfahrung? Ja. Okay. Herr Steinfeger, parallel haben wir eine Neukundenakquise momentan. Das heißt, für jeden Neukunden bieten wir einen Bonus von 100% an, einen Broker kostenlos und Schulung. Das bedeutet, damit Sie von Anfang an auf die sichere Seite sind mit Trading, fangen Sie mit dem Bonus an. Sie bekommen auch einen Broker kostenlos, der das alles für Sie verwalten wird und kostenlose Schulung. 10-30% sind Gewinnmöglichkeiten, sichere Gewinne. Durch den Informationsvorsprung, was wir im Hause haben, lassen Sie es auf Verluste nicht zukommen. So. Nach einem Monat, wenn Sie zufrieden sind mit unseren Leistungen, was wir für Sie gemacht haben, dann können Sie weitermachen mit Ihrem eigenen Kapital. Ja, nein. Falls Sie sagen, es ist nichts für mich, ich habe keine Lust mehr, weil negative Erfahrungen werden Sie nicht sammeln. Ich meine jetzt so mit den Gewinnen und so, werden Sie sehr zufrieden sein. Dann aber, falls Sie keine Lust haben, das zu machen, können Sie jederzeit aussteigen. Aber Sie können trotzdem die Gewinne und Ihr eingezahltes Geld mitnehmen, außer dem Bonus, Herr Steinfeger. Es hilft mal ein Testgeschäft, um Referenzen zu schaffen. Wir wollen ja die Kunden langfristig dabei haben. und das besteht immer von 10 bis 30 Prozent Gewinnmöglichkeiten. Und wie viel Geld macht man da im Monat? Kommt drauf an, wie viel Sie den Kontaktivierung machen. Zum Beispiel, wenn Sie mit 500 anfangen, bekommen Sie noch 500, haben Sie eine Kaufkraft von 1.000 Euro. Rechnen wir mal aus. 30 Prozent monatlich mit 1.000 Euro sieht es anders aus. Mit 200 sieht es anders aus. Mit 500 sieht es anders aus. Also es kommt immer verschieden, mit wie viel man anfängt. Aber ich sage, mein Vorschlag ist, steigen Sie gleich an. Schauen Sie erst mal, weil ich erst mal ein Testgeschäft und dann später entscheiden Sie, ob Sie mehr das machen wollen. Also mein Vorschlag ist, Sie können ab 200 anfangen, von mehr aus oder 500. Das ist Ihre Entscheidung. Mein Vorschlag ist, Sie suchen sich mal einen anständigen, seriösen Job. Bitte? Mhm, danke. Herr Steinfeger. Mhm. Was für einen seriösen Job meinen Sie? Na, Sie sollen sich mal einen seriösen Job suchen, wo Sie nicht die Leute verarschen. Warum denken Sie, dass ich die Leute verarsche? Ja, machen Sie doch. Außerdem rufe Sie illegal an. Nee, mache ich gar nicht. Nee. Klar. Ich rufe nicht illegal an. Na doch, Sie haben keine Anruferlaubnis. Warum? Sind Sie sich da so sicher? Ja, weil ich es nicht erteilt habe. Also bin ich mir da ganz sicher. Okay, dann schauen Sie sich mal unsere Website an. Ich gebe Ihnen eine Buchstabe. Schauen Sie sich das erstmal an, recherchieren Sie und dann wir reden wieder. Ja, ja. Ist ja trotzdem eine Betrüger-Schuppe. Na, denken Sie so? Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Das weiß ich. Das ist Wissen und kein Denken. Nee, das ist kein Wissen. Sie können gar nicht wissen. Nee. Wissen kann man gar nicht. Genau. Sie sind eine Betrügerin, eine Kriminelle. Sie höchstpersönlich. Okay, denken Sie, wie Sie wollen. Nee, das ist Wissen. Und ich bin zufrieden mit meinem Job. Das ist ekelhaft, was Sie da machen. Doch, das ist ein Job. Nee, das ist kein Ekelhaft. Doch, das ist eklig. Anscheinend sind Sie richtig auf die Schnauze gefallen. Nee, aber Sie bräuchten anscheinend mal richtig eins auf die Schnauze, damit Sie aufhören mit so einer Scheiße. Nee, Sie sind bestimmt auf die Schnauze gefallen. Aufhören. Da bin ich mir 100% sicher. Nee, und Sie bräuchten mal ein paar auf die Schnauze damit. Ja. Ein schönen guten Tag, Herr Drüger. Köhler mein Name. Ja, Herr B. Drüger ist hier. Bitte? Ja. Herr Drüger, mein Name ist Köhler von der CWG. Ja, Herr Drüger. Schön, dass ich Sie erreichen kann. Verstehen Sie mich? Ja. Ich verstehe Sie ganz schlecht, ja. Alles gut. Kleinen Versuch, bis wieder. Ciao. Ja. Tödödödödöd. Ja. Schnecke, was hast du denn? Hallo. Hallo. Schnuckelschnecke, sag mal was. Hm. Paulitz Schwein. Ich bin Bock. Jetzt hast du dein Mikro ausgemacht. Ne, jetzt ist es wieder an. Hm. Spricht nicht. Bockig. Kakerlager hat keinen Bock zu sprechen. Hm. Hm. Schönen guten Tag, Nadja Webers. Mein Name von Factory Media in Deutschland. Sprich mit dir. Herr Steiner. Sieht so aus. Herr Steiner, früchst du Sie. Sie haben frisch so kurz und vier einen Gutschein online beteiligt gehabt. Wissen Sie das noch? Ne. Was ist denn für ein Gutschein? Ja. Am 24. Oktober war das gewesen. Mhm. Und was für ein Gutschein? Für ein Amazon-Gutschein. Aha. Hallo, meine kleine Sahneschnecke. Hallo, schönen guten Tag. Jens Martin, mein Name? Ja. Hallo. Ich bin von der Factory Media in Deutschland aus Bielefeld. Gerold Steiner, hätte gern gesprochen, bitte. Ist am Apparat. Schön, dass Sie sie erreichen konnten, Herr Steiner. Sie hatten sich ja mal vor kurzem bei der kostenlosen Verlosung sich ja auch nochmal beteiligt. Und die ist bezüglich rufen, weil Sie nehme ich an. Es hat jetzt nämlich geklappt. Denn Sie haben durch diese Teilnahme einen Gutschein gesichert im Wert von 599 Euro. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ist das so ein Kack-Reise-Gutschein? Bitte? Ist das so ein Kack-Reise-Gutschein? Nein, das sind mehrere Gutscheine, Herr Steiner. Ja. Ja. Wie Amazon, Reise, H&M, Hotel, Mediamarkt, Saturn und viele Firmen noch mehr. Das ist nämlich wie eine Bankkarte mit Chip und Magnetstreifen drauf, mit Ihrem Namen drauf gedruckt und 599 Euro Gutschein. Einzelunternehmen können Sie das dann auch einlösen. Dies ist dann auch Ihr Mindest... Das können Sie selber bestimmen, Herr Steiner. Das steht auf der Rückseite drauf, bei welchem Unternehmen Sie das dann überall einlösen können. Aber nur eins der Unternehmen können Sie das einlösen. Das wollte ich sagen. Welches stehen da hinten drauf? Ja, habe ich Ihnen noch gerade eben erklärt. Amazon, Reise, H&M, Hotel, Mediamarkt, Saturn und all die Rewe sind noch mehrere Gutscheine. Auch so. Noch viel mehr Unternehmen. So und das wäre dann auch Ihr Mindestgewinn in der Finalrunde. Und wir haben 10 Finalisten und 10 Preise nämlich. Und Sie als Finalist haben dann auch die Chance noch mehr zu gewinnen. Denn es gibt 5 Hauptpreise in dieser Erziehung als Bargeld-Ausschüttung. In Höhe von 45.000 Euro, 20.000 Euro, 10.000, 8.000 und 4.000 Euro im Bar. Die restlichen Plätze, 6 bis 10, die bekommen dann die Gutscheine. So und je nach Platzierung auch. Also Sie können hier nicht mehr leer ausgehen. Nochmals herzlichen Glückwunsch auch, Herr Steiner. Mhm. Und Sie werden dann mal Ihre Gewinnstätigung auch erhalten auf den Postalschimpfen eintragen. Jetzt ist die Leitung im Aus. Hallo? Ja, Servus, Herr Voldemort. Schauen Sie zu erreichen, Leom oder die Umapparat. Melde mich von den Unternehmen Bisonnefix. Sagt Ihnen was der... Sagt Ihnen... Gar nichts, Thomas. Es ist nur schön, wenn Sie da mal die Musik im Hintergrund ausmachen. Okay, ich mache das bisschen leiser. Warten Sie kurz. Äh... Jetzt können Sie mich besser hören, ne? Ja, jetzt sind Sie leiser, aber die Musik ist auch laut. Ja, aber wissen Sie, ohne Musik ist langweilig. Ja, dann ist nicht mein Problem. Nee, nee, aber jetzt können Sie mich hören, oder? Nee, es ist genauso furchtbar wie vorher, nur, dass Sie leiser sind. Also noch schlimmer. Warten Sie, ich stoff Sie noch mal an. Warten Sie. Hallo? Am I speaking to Gerald? Ja. Sorry, who is on the line? Ja. I'm sorry? Ich habe ein Frisch-Täbchen gerade gegessen. 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 Mhm. Wie in Englisch. Ja, genau, das… Na, wenn er gibt es ja nicht. Es ist tatsächlich das gleiche schrift... Ich – » señal nicht, ich сос parental If you can speak in English, great. Is anybody there who is speaking in English? My Butterblümchen. What does it mean? Flieg, mein kleiner Spatterling. Flieg. Oh, I understand. No, thanks. Ja. Yeah, you can fuck yourself. Vielleicht können wir uns ja irgendwann mal eine Bratwurst teilen. No, my dear, you can fuck yourself. Ja. Wollen wir uns mal eine Bratwurst teilen? Okay, I'm not wasting your time. You can go now. Das ist aber lustig. Ja. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag sprechen. Ich bin Herr Karl Klabautrenbach. Ja. Manuel Benson für Sie da von der Firma Swiss Pro. Ich sehe, dass Sie sich bei uns angemeldet haben für das Bitcoin System. Und wann soll ich denn das gemacht haben? Zu einer Woche. Und haben Sie Interesse, Ihre Handelskonto zu aktivieren und Geld zu verdienen? Ich kenne Ihre Webseite nicht. Ja, Swiss Pro. Habe ich nicht. Ich habe mich noch nie aufgerufen. Wir bieten eine automatische Software für unsere Kunden. Ja. Das ist eine Roboter. Er kauft und verkauft verschiedene Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe für Sie. So macht Ihr Gewinn natürlich. Also kauft und verkauft für Sie. Hallo? Ja, hallo. Ja. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Tony am Apparat, Tony Brand. Und ich melde mich aus dem Unternehmen Kraken. Das Thema geht über Onlinehandel, Online-Trading. Bin ich gerade verbunden mit Herrn Lummel? Hm. Schön, Sie zu erreichen. Herr Lummel, das Thema geht über Onlinehandel. Es geht mit Investitionen in die Börse, Bitcoin, Rohstoffe, Aktien und so weiter. Und bei mir steht, dass Sie haben ein bisschen nahe geforscht mit Onlinehandel, Informationen gesucht. Deswegen melde ich mich als Kunde. Haben Sie schon Erfahrung damit? Mit was? Mit Onlinehandel, mit Online-Trading. Nö. Und hat jemand Ihnen erklärt, wie das läuft, wie das funktioniert, das ganze System, das ganze Plattform und so weiter? Oder sind Sie Neues in diese Richtung? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Es geht mit Investitionen in die Börse. Und es geht an Bitcoin, Rohstoffe, Aktien und so weiter. Mit Onlinehandel, Online-Trading. Und da soll ich Ihnen mit dem Akzent vertrauen? Bitte? Hm. Danke. Ja, möchten Sie das mehrer Informationen bekommen oder da haben Sie kein Interesse? Nö, ich habe einen Betrug. Nö, nö, nö. Das ist Ihre Meinung? Nö, das ist das Wissen. Wenn da so eine Kakerlake am Telefon ist, dann kann das nur Betrug sein. Ja, so, wenn Sie meinen so, das ist Ihre Entscheidung. Such dir mal einen anständigen Job. Ja, ja. Ja. Okay. Alles klar dann. Wir sehen Ihnen alles gut und schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich mir auch. Ciao, ciao. Ja, schönen guten Tag. Erkrankungsmaterial oder Infomaterial per Mail zuschicken würde. Und da hätten Sie auch zwei Aktionen. Das wären ja die Analyse-Tools, wo Sie das alles nochmal in Ruhe lesen können oder die Reding-Videos so anschauen. Und da wollte ich noch ganz kurz nachfragen, Herr Schiffkik, ob man die Einwilligungsbestätigung von Ihrer Seite bekommen kann, damit man das auch alles nochmal per Mail zuschicken darf. Sehr witzig. Sie rufen illegal an und fragen nach einem Einverständnis. Illegal rufe ich überhaupt gar nicht an. Natürlich, ich habe Ihnen keinen Anruferlaub mitgegeben. Sie haben sich ja angemeldet und deswegen haben wir auch das Recht, Sie zurückzurufen, nachzufragen, ob Sie das gerne haben möchten oder nicht. Wenn Sie es nicht möchten haben, dann kann ich es so vermerken und dann können wir dann anderen Kunden anrufen und Ihnen dann die Möglichkeit geben, dem Platz sich zu sichern und es kostenfreundlich zu bekommen. Suchen Sie sich mal lieber einen legalen, anständigen Job. Ja, bitte. Hallo, guten Tag, Herr Katz. Also, mein Name ist Lina Cohen. Sie hatten sich etwas früher auf der Webseite Bitcoin angemeldet. Das ist eine Handelsplattform. Also, wenn das immer noch aktuell ist, als Accountmanagerin, ich kann Ihnen helfen, Konto aktivieren. Ist das aktuell? Also, Herr Katz, haben Sie Erfahrung im Trending? Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Marce Minion. Ich melde mich, weil Sie haben gerade bei uns registriert. Sie wollen online handeln. Ich habe jetzt aber gerade keine Zeit. Ich muss Sie mal noch mal eine Stunde anrufen. In eine Stunde. Okay. Jo. Hallo. Ja. Jawohl, schon guten Tag. Darf ich bitte mit Herrn Kori Anders sprechen? Sie ist gerade beschäftigt. In eine Stunde. Habe ich nicht verstanden, bitte? In einer Stunde. Sie sind nicht reibbar, Herr Anders? Mhm. Okay, ganz kurz. In einer Stunde. Okay, in einer Stunde, bitte. Kein Problem. Jo. Ja. Hallo, guten Tag. Mhm. Hier ist Anna Wolf von ExpressRate und mein Handeln. Wie geht es Ihnen? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit für. Eine Stunde vielleicht. Nach einer Stunde? Mhm. Okay, also ich habe wegen Ihrer Handelskonto angerufen, ja? Bitcoin. Also, ich möchte Sie kurz informieren über unser System. Nach einer Stunde? Ja, in einer Stunde. Okay, nach einer Stunde. Okay, machen wir es dann so. Okay. Hallo, hier Ander. Was denn? Hallo. Ja, hallo. Ich grüße Sie bitte, hier Ander. Mia Bell ist am Apparat von InvestEcapital. Sie sind vor ein paar Minuten bei uns registriert, richtig? Mhm. Ja, sehr gut. Ich bin bitte Ihre persönliche Ansprachpartnerin und natürlich, ich werde Ihnen alle weiteren Schritte erklären, wie es bei uns läuft und funktioniert, ja? Aha. Ja. So, jetzt habe ich eine Frage an Sie. Haben Sie Erfahrung oder das ist komplett neue Sache für Sie, Herr Ander? Womit denn? Wie bitte? Womit denn? Momentan? Womit denn? Womit denn? Haben Sie auf dem Finanzmarkt schon gehandelt? Äh? In diese... Oder noch nicht, meine ich. Mhm. Äh, Herr Ander, ich kann Sie nicht verstehen, weil irgendwie Sie sagen nur, hm. Was meinen Sie bitte unter hm? Na ja, das war die Bestätigung auf Ihrer Aussage. Ah ja, alles gut. Äh, bei uns, äh, sagen Sie mir bitte, äh, was interessiert Ihnen? Womit wollte Sie handeln? Mit der Software, mit Algorithmus oder selbstständig? Ja, da kenne ich mich ja nicht aus. Mhm. Sagen Sie mir bitte, äh, äh, von wo haben Sie über unsere Plattform, äh, geschurt und die Registrierung gemacht? Oder von wem? Wie meinen Sie das? Ich meine, wo, von wo haben Sie über unsere Plattform geschult, damit Sie sich angemeldet haben und damit Sie sich bitte das Handelskonto bei uns eröffnet haben? Na, von zu Hause. Von zu Hause. Aber wo, wo haben Sie es gelesen? Na, auf meinem Computer. Auf Ihrem Computer. Alles klar. Äh, dann hier an der, äh, bei, bestimmt bei der Anmeldung, bevor Sie sich angemeldet haben, Sie haben noch gelesen, minimale Staatskapital, das ist 250 Euro. Mit welcher Summe wollten Sie selbst einsteigen? Na, ich wollte das mal mit 10 Euro probieren. Mit 10 Euro können Sie bitte nichts machen, weil das ist ja Finanzbörse. Als offizielles, äh, minimales Staatskapital gilt es zu 250 Dollar und mit 10 Dollar können Sie bei uns nichts machen. Aber Dollar habe ich nicht. Okay, dann, ich verabschiede mich bei einem, weil mit 10 Dollar können Sie vielleicht ein, äh, 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 oder 10 Euro, ja, 10 Dollar, 10 Euro spielt keine Rolle, vielleicht können Sie eine Tasse Koffer damit trinken, aber keine Investition machen, ja, wieder hören. Hallo. Hallo, здравствуйте. Was tun? Hallo, здравствуйте. Ha? Ha? Ja, hören Sie mich jetzt? Ja. Das spricht Marco Meier, Herr Kori, wie geht es Ihnen? Nein, ich glaube, dass Sie haben nicht verstanden, äh, warum ich Ihnen telefoniere, ja. Hm. Ich telefoniere Ihnen wegen Ihrer Anmeldung an Online-Handlungsplattform mit DTC24. Wah. Äh, so, ist das korrekt? Sie sind bei uns angemeldet. Was? DTC24, das ist eine Online-Handlungsplattform. Ja, Sie haben schon probiert, vielleicht online zu handeln, oder noch nicht? Nee. So haben Sie Interesse? Hm. Hören Sie, verstehen Sie mich? Ja. So haben Sie Interesse oder nicht? Ja. Sie sehen Sie vielleicht jetzt am Computer? Nee. Ich habe gerade ein Eis gegessen. Was haben Sie gegessen? Ein Eis. Eis? Ja. Und, äh, was für, brauche ich diese Information? Weiß ich nicht, war Schokolade. Ah, wunderbar. Mhm. So, Herr Kori, Sie haben aktives Account an DTC24? Nee, Herr Ander. Sie haben nicht? Ja, Kori Ander. Ja. Hier steht Ihre E-Mail, kori.ander.gmail.com. Ist das korrekt? Genau. Genau. So, Herr Kori, wie alt sind Sie? Wie alt? Wie alt? Mhm. Alt. Ganz schön, doch mal alt. So, Herr Kori, haben Sie keine Interesse oder haben Sie Interesse? Ich habe nicht Zeit zu vermitteln. An was denn? So, verabschiedet dann, Herr Kori. Danke für Ihre Zeit. Tschüss. Tschüss, Betrüger-Schwein. Das war es leider schon von unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Nächste Woche geht's weiter. Wenn du magst, dann gib dem Video doch gern noch einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr in Zukunft verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn's was Neues auf dem Kanal gibt. Hier siehst du noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Schau auch dort gern nochmal vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau, tschau.